Sind Augenübungen wirklich so effektiv, wie ich es dir hier immer verspreche? Dazu werden wir heute mal eine Übung machen und du wirst überzeugt sein, dass du deine Augen wirklich trainieren kannst. Du wirst einen richtigen Aha-Effekt erleben und das zeige ich dir hier in diesem Video. Viel Spaß dabei! So und damit herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Ich freue mich wirklich, dass du wieder eingeschalten hast und hier ist wirklich dein Name im Programm. Denn wir konzentrieren uns wirklich um das Thema Augen, Augentraining, Augenübungen. Und heute zeige ich dir mal eine wirklich sehr, sehr coole Übung, wo du überprüfen kannst, ob du ein Defizit hast. Denn die Frage ist ehrlich gesagt nicht, ob du ein Defizit hast, sondern was für ein Defizit du hast. Denn egal, ob du jetzt eine Fehlsichtigkeit hast, die meisten Menschen haben wirklich Probleme mit der Fokussierfähigkeit beim Zentriermuskel. Was genau ist das? Am besten veranschaulichen lässt sich das, indem du mal deinen Finger direkt vor dir hältst und einfach mal in die Ferne guckst. Was siehst du? Du siehst zwei Finger, obwohl du nur einen hochhältst. Wenn du jetzt aber deinen Fokus auf deinen Finger lenkst, siehst du natürlich den Finger gestochen scharf und du siehst den Finger natürlich demzufolge nicht mehr doppelt. Das Ganze nennt sich Konvergieren. Und heute üben wir mal dieses Konvergieren, indem wir unseren Zentriermuskel etwas geschmeidiger machen und etwas mehr trainieren, Muskel aufbauen sozusagen. Denn die meisten Menschen leiden wirklich daran, dass sie einen zu schwachen Zentriermuskel haben. Das führt auf langer Sicht sozusagen zur Verschiebung des Nahpunktbereiches. Also wir können Sachen aus der Nähe nicht mehr so gut erkennen. Das führt dann wiederum zur Hornhautverkrümmung bzw. auch zur Altersweitsichtigkeit. Sprich, ich brauche dann irgendwann mal eine Lesebrille. Zu den jeweiligen Themen habe ich natürlich schon mal ein Video gemacht bzw. werde ich auch noch mal ein Video machen und das explizit erklären, woher das kommt und natürlich auch, wie man das beheben kann. Heute befassen wir uns aber wie gesagt einmal mit den Zentriermuskeln, wie wir es schaffen, unseren Zentriermuskel zu trainieren. Dazu blende ich dir jetzt hier einmal eine Konvergenztafel ein. Die findest du wie immer kostenlos auf unserer Webseite. Dort kannst du es dir downloaden und das ist der erste Link in der Videobeschreibung. Wenn du einmal dort bist, kannst du natürlich auch gerne noch weitere Tipps dir dort anschauen. Wir pflegen dort regelmäßig neue Tipps und Inhalte ein. Einfach mal vorbeischauen. Theoretisch kannst du natürlich diese Übung auch auf dem Bildschirm machen oder auf dein Handy. Das Ganze empfiehlt sich aber wirklich aus längerer Sicht nicht am Bildschirm zu machen, sondern wirklich ausgedruckt vor sich zu machen. Denn wenn wir es am Bildschirm machen, haben wir dort von dem Bildschirm immer noch einen Lichtreiz und der kann unsere Augen letztendlich nicht entspannen lassen. Wir brauchen für diese Übung eine Entspannung und ihr werdet auch merken, dass es einfach unangenehm ist, wenn ihr das vom Bildschirm macht. Haben wir also jetzt einmal diese Konvergenztafel vor uns liegen, sehen wir, dass wir dort zwei Kreise haben. Links und rechts, auf den einen sieht besser, auf den anderen sehen. Ziel sollte jetzt sein, dass wir unsere Augen, also unser Zentriermuskel, wirklich auf die Mitte fokussieren, dass die Kreise langsam verschmelzen. Im Idealfall wirklich richtig rund sind, sodass wirklich kein Unterschied mehr ist, also keine Acht oder sowas, sondern wirklich komplett übereinander liegen. Und dann erkennen wir auch das Wort besser, sehen, untereinander. Das L und das R, was wir dort sehen, verschwindet demzufolge komplett. Das ist das Ziel bei dieser Übung. Wie machen wir das? Wir fangen als allererstes an und halten die Tafel direkt vor uns, also ungefähr bei einem relativ nahen Abstand, also so 5 cm von der Nase entfernt. Und versuchen wirklich uns mal langsam unsere Augen zu entspannen, sodass der Kreis langsam zusammenkommt. Ja, das dauert seine Zeit. Da dürft ihr auf jeden Fall nicht zu hektisch sein, wirklich in einer sehr entspannten Ecke sozusagen machen, wieder gut belichteten Raum am besten. Das bringt jetzt nicht so viel, wenn es jetzt nicht gut beleuchtet ist, weil dort sich das Auge natürlich bei der Fokussierfähigkeit dann schwer tut. Macht diese Übung wirklich mit äußerster Gewissheit, dass ihr wirklich merkt, dass der Kreis irgendwann zusammenschmelzt. Und dann werdet ihr auch irgendwann merken, dass ihr dieses Wort besser sehen, klarer seht. Es kann natürlich auch sein, dass ihr dieses Wort nicht ganz klar seht, weil euer Nahpunktbereich zum Beispiel ziemlich weit hinten liegt. Heißt also, wir beginnen dann langsam von weiter nah in die Fern zu arbeiten. Also wir halten diese Tafel immer weiter weg. Eine Armlänge reicht dann völlig aus. Und wir versuchen dann immer noch diesen Kreis komplett geschlossen zu halten. Einfach mal ein, zwei Minuten diese Übung machen, auch mal warten, bis sich das wirklich zentriert hat. Und ihr werdet auf jeden Fall diesen Fortschritt erleben und dort wird für die meisten Menschen wahrscheinlich auch ein Aha-Effekt passieren. Wenn eure Augenmuskeln anfangen zu schmerzen, also eure Augen generell anfangen zu schmerzen, dann auf jeden Fall auffahren mit der Übung. Denn, wie ihr wisst, ist es wirklich von äußerster Wichtigkeit, dass eure Augen entspannt sind. Augenschmerzen entstehen dann, wenn unsere Augen überanstrengend sind und das mindert unsere Sehfähigkeit. Also unbedingt aufhören, wenn die Augen anfangen zu schmerzen. Dann am besten eine Entspannungstechnik anwenden. Eine verlinke ich dir mal hier oben. Kannst du mal gerne anschauen. Die empfiehlt sich wirklich eigentlich nach jeder Übung anzuwenden oder auch, wenn eine stressige Situation ist. Du kannst im nächsten Schritt immer mal versuchen, mal kurz wegzugucken und dann wieder hin auf die Konvergenztafel. Dann sollte sich sofort dieser Kreis wieder bilden. Das sollte trainiert werden, dass du weggucken kannst, wieder hingucken kannst, dass sich das Wort wieder abbildet. Mit dieser Übung trainieren wir ja unsere Flexibilität, unsere Zentriermuskel und das sollte auf jeden Fall sehr langsam passieren. Also überanschränke dich da nicht. Mach da wirklich diese Übung zwei, drei Minuten. Dafür aber regelmäßig am Tag verteilt und du wirst merken, die Fortschritte werden sich richtig schnell einstellen. Wenn du das geschafft hast, dass du wirklich aus jeder Perspektive es merkst, dass du den Kreis komplett geschlossen siehst, also dass du nur noch einen Kreis siehst, dann kannst du schon den nächsten Step machen. Der nächste Step ist wirklich nicht für Beginner geeignet. Also du musst wirklich schon ein bisschen deine Augen trainiert haben. Dann kannst du diese Übung machen. Denn diese Übung ist wirklich sehr anstrengend für die Augen. Du kannst anfangen, wenn das Auge quasi diesen Kreis konvergiert hat, mal deine Augen im Uhrzeigersinn zu bewegen. Du bewegst quasi einmal um diesen Kreis herum deine Augen, im kleinen Kreis erstmal. Du kannst natürlich dann immer dich größer vorarbeiten, dass du irgendwann mal komplett deine Augen drehst. Und dann sollte immer noch dieser Kreis verschmolzen bleiben. Das kannst du natürlich einmal im Uhrzeigersinn machen, das Ganze einmal gegen den Uhrzeigersinn. Und wenn das wirklich geschafft ist, dass du aus der Nähe diesen Kreis, dieses Konvergieren hast, wenn du deine Augen bewegst, dieses Konvergieren hast, dann bist du wirklich perfekt vorbereitet. Dann hast du diese Übung zu 100% erfüllt und kannst dann mit dieser Übung aufhören. Dein Zentriermuskel ist wirklich jetzt geschmeidig und du wirst überall perfekt konvergieren können. Dann kannst du natürlich gerne die nächste Übung machen, um deine Augen weiter zu trainieren. So wie mich würde jetzt mal interessieren, ob du wirklich einen Aha-Effekt erlebt hast. Und wenn ja, dann schreib es mal gerne in die Kommentare und probiere das auch wirklich mal aus, bei anderen Menschen, die vielleicht ja ein bisschen skeptisch gegenüber dem Augentraining sind, einfach mal diese Übung auszuprobieren. Und du wirst wahrscheinlich merken, diese Menschen werden genauso einen Aha-Effekt erleben, wie du gerade in diesem Moment. Und es würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wie sehr dir diese Übung gefallen hat. Wenn ja, dann gib mir mal gerne einen Daumen nach oben. Abonnier auch gerne den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen, denn wir laden hier regelmäßig neue spannende Tipps und Übungen zum Thema Augentraining und Augenübungen hoch. Ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen, außer wir sehen uns beim nächsten Mal bei deinen nächsten Übungen. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.